Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest, die Kraft zu überleben, anzunehmen bei Altruis der Leidende, unter Umständen steht nicht er hier, sondern kein Sonnenzorn, je nachdem für wen ihr euch entschieden habt bei der Quest, frischer Wind. Quest ist anzunehmen an dieser Position, hier sind wir noch die Koordinaten, nehme nun die Quest an und darf mich hin zwischen zwei Aftefakt Waffen entscheiden, die eine ist für die Skillung Verwüstung, die andere für die Skillung Wache, Verwüstung ist Schaden, Wache ist Denken, für die Quest selbst ist es egal, welche Aftefakt Waffe ich auswählt, ich habe mich für Verwüstung entschieden, sage OK, und dann darf ich schon die Quest bei Altruis der Leidende oder Kai Sonnenzorn abgeben, je nachdem, an dieser Position, in Dalaran, hier sieht man noch die Koordinaten, hoff ich konnte euch helfen, ciao!